Yo Leute, Willkommen zurück zu Life is Strange. Wir reden gerade. Ich denke mal nicht über das, was in der letzten Folge passiert ist. Und machen wir einfach hier weiter. Ja, das ist ein Punkt. Was? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's a dollar for the square jar. You mean your college fund? Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Mac's wine-taking session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I... I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different. Like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. хорошо, don't forget. Just leave. navegator2 But I say, as a father would I better die than death my daughter. Oder im Rollstuhl sitzt, querschnittsgelähmt und sterben möchte. Das werde ich mir nie verzeihen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist von draußen, dieser komische Pop-Aufstelle, den haben wir, glaube ich, in der ersten oder zweiten Episode gesehen gehabt. In der zweiten muss es gewesen sein, in der ersten und dann waren wir ja nicht in Chloe's Haus. Aber danke für die Morgen, Grofe. Seitdem wir alle Nacht spielen, CSI Arcadia Bay, ich war immer noch in der Zeit, um alle diese Informationen zusammenzubringen. Max, hast du vergessen, dass wir über das Ganze überlegen? Ich hoffe, du warst nicht mit der Zeit, während du schlappst. Nicht mehr. Ich bin nur in der Zeit, auch. Willkommen zurück in der realen Welt, Max. Let's look at the big room and see all the pieces in the puzzle so far. Oh, okay. So close, yet so far away. We have to do three main things. Right. Um, what things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Dark Room. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind... Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. Unless you wanna hang out with him after you stood up for his ass yesterday. Oh, please. I can't abuse this level. First of all, make all the photos. And yeah, in the... Oh no, that poor little bird has been trapped in here. Can I open this door this time? Yeah, I can. Next time I can't leave you out. Come, come. Come, come. Arme is keines, Vögelchen. Wir gehen mal runter Ich mag Episode 4 nicht Echt nicht Äh, okay Okay, man freut mich zu sehen, dass du Blackburn nicht gesprengt hast Na gut, freut mich fast Nebenbei, das Autokin ist schwer beliebt, also kaufe ich die Tickets jetzt Ich werde alles mehr besorgen, falls du deine Meinung änderst Danke für deine Hilfe mit meinem Experiment, Dr. Maxenstein Ich verdanke dir meinen A-Plus im Test Ja, ich sagte A-Plus, das ist toll, aber das hast du nicht mir zu verdanken Ich bin so was wie ein Genie, also, okay Wo ist mein Check? Ja, Max, deine Freundin Chloe hat mir getextet, ich sei aus dem Spiel Sie klingt heiß, also verstehe ich's Chloe hat dir ernsthaft getextet Ich hab ihr sicher nicht meine Nummer gegeben Jetzt weiß ich, warum du nicht mit mir die Affen rauslässt Du solltest mit Chloe gehen Die ist wirklich cool genug für dich Ich hab einen Haufen cooler Freunde wie dich Ja, stimmt Da hab ich mal wieder Pech gehabt Ich muss los Äh, ich auch Muss los, bis dann, hoffentlich Entschuldigt Nein, nee, das Ich auch nicht, entschuldige Ich erfülle nur meine Rolle als Vater Ich weiß, die Woche war hart für dich Es ist fast so, weil ich rufe später an Liebe dich Oh mein Gott, ey Äh, nee, die werde ich nicht alle durchlesen Äh, der ist der noch Zufälligerweise Erstmal Das Wir werden einmal ein Foto machen Und Jetzt Sprühen wir einmal die Zeit zurück Weil das Foto behalten wir Aber das Nest ist unberührt Man könnte die Plank auch einfach wieder davor stellen Aber, naja Was ich kann für dich machen, Max Ich 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 war einfach für Chloe zu kommen aus dem Bathrum, so dass wir gehen können Ich 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 Entschuldige, was du gerade gesagt hast ist, Missy Entschuldige, das ist Miss Caulfield Ja, Sir Du und Chloe immer besser aufhören, wo du wandernst Es gibt viele Schmerzen in Arcadia Was Du Schmerzen Schmerzen Ich kann dir alles Das ist alles, was passiert in Blackwell. Und du hast schon gesehen, so... bitte bleibst du davon aus, Max. Too late. Ich weiß schon viel zu viel. Also... Du und Nathan Prescott... Nathan Prescott? Das kleine Scheiße ist Glück. Er wurde nicht verabschiedet. Ich glaube, Glück hat nichts zu tun mit ihm. Ich könnte auch verabschiedet sein. Ich hatte nicht alle die Wahrnehmung bei der Zeit. Ich... Ich bin sorry, Max. Ja... Ich versuchte, Kate zu helfen. Ich versuchte, Kate zu helfen. Du hast ja, Max. Du hast ihr Leben, wie ein Hörer, während ich den verdammten Dorf öffnete. Ich wusste, Kate zu fühlen. Du hast es sogar zu dem Ruf vor mir oder jemandem gemacht. Ich wusste, Kate zu fühlen. Ich wusste, auch. So hat Herr Jefferson. Und ich habe ihn verabschiedet, für was? Der Mann ist ein elitistischer Hörer. Und ich bin auf der Hand, so dass ich es hinter seinem Bein sagen kann. Wie wenn Chloe mich als Stepdouche nennt. Diese Artikel leben in einer Fantasie-Welt. Warum das? Warum das? Diese Art-Farts sind alles über sich selbst. Wenn ich in der Service bin, ich liebte die Fotografen, die mich versuchten, in ihren Anti-Ware-Bullshit. Well, Blackwell Academy ist eine Schule für Artists. So, vielleicht ist das nicht der beste Ort für dich. Ich habe eine Familie hier, Max. Und ich denke, Blackwell ist das beste Ort für mich. Seitdem ich nur weiß, was passiert. Natürlich, dank der Frau Grant und ihre Hippie Anti-Surveillance-Petition, ich hoffe, dass jeder sich sicher fühlt. Wie Rachel Amber, und Kate Marsh. Obwohl, du bist wie ein Städte-Surveillance-Petition. Ich empfehle, dass du für mich standest. Aber ich muss mich hart sein, und sagst du und Chloe, dass du von der Hölle rauskommst. Die Dinge werden einfach mehr schrecklich. Chloe und ich... können wir uns selbst beschäftigen. Entschuldigung, Max. Ich muss nach meiner Kamera zurück. Siehst du? Ich bin auch eine Artistin. Oh, das macht mich schade. Es war so unglaublich, zu sehen, William wieder zu sehen. Ich wünschte, Chloe auch. Äh... Wollte ich die Petition haben? Blackwell ist sicher nicht sicher und privat mehr. Hey, ich habe die doch unterschrieben, oder nicht? Äh... Super. Wenn ich mal... Ich habe die doch unterschrieben, oder nicht? Ich habe die doch unterschrieben, oder nicht? Hey, Missy. Du weißt ja, ich kann dich schnappen. Moment. Das war aber gerade zum... Zurückspulen. Dass ich Infos hätte, die mir in dem Gespräch... irgendwas bringen. Okay. 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 Ich bin zu lange. Ich weiß schon sehr viel. Ich weiß schon viel. Wie das, dass du vielleicht arbeiten kannst für Sean Prescott. Was? Wer hat das gesagt? Nathan Prescott? Das kleine Schuss ist Glück, dass er nicht verabschiedet. Ich glaube, dass Glück nichts zu tun hat. Ich könnte auch nicht verabschieden. Ich hätte auch nicht verabschiedet. Ich hätte mich nicht verabschieden, für mich selbst verabschieden. Aber ich hätte mich nicht verabschieden. Also, ich werde mich wissen, warum ich für Sean Prescott arbeite. Uh... Ich hätte ihn nicht verabschieden. Ich bin mir verabschiedet, dass du für die Verabschieden und Sicherheitskontakt ist. Ich habe meine eigenen Reisungen. Du bist ein guter Detective. Aber ich wurde mir nicht verabschiedet. Ich habe Sean Prescott eine Anzahl. Für meine eigenen Reisungen. Blablablabla Jetzt... Jetzt muss ich das nochmal durchmachen Ah... warum ist das... Also alles was ich skippen kann ist genauso wie das davor Was hat David für Nathan gemacht? Und was hat sein Vater für David gemacht? Entschuldigung, aber das ist meine offizielle Mannschaft Ich frage mich, ob David geht zur Party Keine Mädchen zu können Reicht das schon für... Ich glaube es war 717, ne? Ach du scheiße Gut, wir gehen einmal hoch Oh... Oh... Huh? Oh... 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 Ich hoffe, dass es nicht zu wunderschön für sie ist. Nein, sie wird glücklich sein, dass sie dich sehen. Wer würde es nicht? Das wäre es. Ich bin ein bisschen nervös. Juste, geh in da und bin ihr Freund. Ich warte hier, damit du dich ruhig bist. Ich war ein... Ich war ein totaler dick, von einem Fuss, wenn Kate called den anderen Tag. Ich hatte keine Ahnung, was sie durchging. Ich habe dich von ihr Freund zu sein. Aber du hast sie geholfen. Ich habe sie geholfen. Wie ich mich. Ich bin sorry. Danke, Chloe. Aber nicht zufrieden. Wir sind alle in der gleiche Team. Team Max. Ich werde Kate wissen, wir werden Nathan auf den Ballen knacken. Oh, ja. Ich bin auf. Diese Sprüche. Max. Oh, Kate. Ich dachte, ich werde dich nicht wiedersehen. Ich fühle mich so schuldig. Ich bin 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 sehr dankbar für dich, für mich zu kommen, um mich zu schrauben. Max, ich fühlte mich sehr verletzt und alleine. Als ich sah, wie viel du gebrauchte, wie viel du warst, machte ich mich herausfinden, dass ich nicht alleine war. Danke, Kate. Es gibt so viele Leute, die dich lieben und wollen dich helfen. Ich weiß. Du solltest alle die Letze und die Postkarten sehen. Ich habe die meisten von den Blumen zu anderen Patienten hier, weil sie sie mehr als ich. Ich habe die Ballen, doch. Eine von den Bürsten mir gab es ein paar Pen und Papier, damit ich ein paar Bilder machen kann. Ich liebe deine Illustration. Sie sind ein bisschen schmerz da für ein paar Mal. Aber ich habe eine Idee für ein neues Kindesbuch über Bullying. Ich dachte mir, dass ich ein paar Fotografien in da ist. Ich hoffe, dass das ein subtel ist, dass du mir die Fotografien für das Buch verletzt kannst. War das so subtel? Du solltest die Bilder nehmen, Max. Ich werde hier noch ein paar Tage sein, bis meine Familie nachher kommen. Wie sie dich behandeln? Sie müssen mich immer wieder zu retten. Sie sind so schmerzen, und ich weiß, dass sie schuldig sind, obwohl sie nichts gemacht haben. Ich habe mich überrascht, wie viele Studenten von Blackwell mir geschrieben hat. Daniel, Herr Jefferson, sogar Victoria mir eine sehr süße Note. Und ich glaube, dass sie real ist. Ich auch. Ich bin glücklich, dass du wieder glaubst, Kate. Ich arbeite daran, Max. Ich versuche nur, dass ich dieses Bild richtig bekomme. Hm. Eine Ikone. Wenn das Kate durch die Nacht wird, dann sei es. Ich habe auch eine. Über dem PC steht die bei mir. Das sind schöne Blumen. Und von Taylor? Wow, Props zu ihr. Einmal damit ihr es lesen könnt. Mich interessiert es nicht, weil ich mag den Typen sowieso nicht. Das ist so süß. In der Victoria-Sign. Aber nicht Nathan. Äh. Okay. Moment. Luke, sag. Daniel. Evan. River. Stella. Justin. Hayden. Courtney. Victoria. Trevor. Also das wäre so ungefähr meine Unterschrift. Ähm. Roy. Wie. Der da. Der da. Hm. Oh, wie süß. Ich weiß, du hast mich und aus gutem Grund, aber ich will dich nicht wieder... Ah, ich will dich nur wieder lächeln sehen. Sag mir, wenn du irgendwas brauchst. X-Zero. Wie süß. Das sind Infos, die wir eventuell später nochmal gebrauchen können. Oh, I love Kate's happy rainbow flock. Äh. Hier. I miss my banana. Muster. Süß. Good to see that Kate is still working on her book report. So. Und... Oh, Moment. Die Balance gucken wir uns auch noch an. Hm. Keine Ahnung. Aber was die Kate uns noch zu sagen hat, das sehen wir dann gleich im nächsten Part. Bis gleich.